kann man auch schnell hintereinander schießen still ohne miche war er äh du kannst nur mein Vorstand aufgeladen und das Ahnung ausweichen und wir können die Schütze weil ich die Ruhe aus dem du mit A und D nach links nach rechts ja ich würde sagen mit A nach links weil hier rechts ist ja gleich der Heuwald oh okay ich werde dir nach rechts gewusst dann vielleicht noch mal muss ich nachladen versuche ich jetzt hier mehr mittig zu laufen damit ich auch nach rechts ausweichen kann oder dann eben wieder nach links ne so, so, Tika, Schluss ähm, mit A oder D mit D lol, wer schießt denn da ja da so, ich hab noch einen Punkt hab ich den jetzt nicht ausgegeben ne ja klar ach, ach, weil ich gestorben bin glaub ich ach so gut ich muss noch ein bisschen in die Spielmechanik reinkommen ich dachte, ich hab da rechts auch eine Missile ich dachte, ich hab da rechts auch eine Missile morsal 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 und schau ob da noch einer ist oder ist wirklich einer das gibt's nicht das gibt's nicht wie ihr seht der Shooter setzt sich gerade die Spiele, die ich besonders gut kann muss ich zugeben ganz ehrlich und offen ähm ja aber ich denke es geht noch aber ich denke es geht noch So, da ist noch einer. Da hol ich mal kurz mal die Zofahrnein. Gut. Dann mal rein da. Okay, der gehört zu mir. Erstmal schießen. Wo? Hier, Geheimnis. Gut. Gut. So, you were friends with Billy, the kid. Yeah, sort of. Hey, auch wenn ich mal größere Waffe will. Achso, ich kann auswählen. Ich dachte, dass ich mich nicht bewegen kann. Ich weiß nicht, dass du Gerrit der Manns sind wie fliege. Aber sie haben einfach weitergegangen. Das ist das, wenn Charlie getroffen hat. Sie sind uns in einem Crossfire, schießt Billy. Geht nach dem anderen Seite. Float Hallo Hier, hier hier No, no, no So Gibt's da Munition? Gibt's halt noch was? Vielleicht muss ich ja die richtige Waffe in der Hand haben, um dann die Munition aufzuholen Gibt's da Munition, Coach I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy And maybe discretion was the better part of valor What's that mean? It means that it was time to cut and run They got a Gatlin, Billy shouted Get the horses and bring them round back, I'll draw their attention Coach Ähm, das hört sich gar nicht gut an You directed that order at me And I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway Dumbass that I was back then Okay, das sah grad echt so aus, als wenn da so'n Loch im Boot wäre, wo man so rein kann Und gut Ich muss wohin Ich setz mal hier Das hört sich scheiße Das hört sich scheiße Ah lol, okay, ich dachte, er ist das wertvollend So, da muss ich kurz russen Weil ich so schlau und mich verschluckt hab Ohja, so inseligent bin ich Er ist mal nix Achso, ich dachte, ich kann einfach Irgendwann dann klärt ich automatisch Ah, ich dachte, ich steh gleich nach oben, oh Gott F, so, ich hab eh gelesen So, neuer Punkt Ja, ich mach wieder das hier Und zwar entweder Weidsucher Ähm, okay, das freu ich nicht Das ist doch schön Gut Gut Lol, okay Und da hat mich irgendwas getroffen Und zwar nicht nur ein bisschen Okay, hier hab ich ein bisschen mehr Munition Kann ich ja schießen Nein Ich habe es gesehen Das war dir nicht Du hast mich so gesehen Du hast das in einer Film von Niveau? Es ist gesagt, dass er keine Angst hat, als er mit deinem Bezug genommen hat, wie ein Rattlesnake.